... ... Hans-Ludolf Mathisen gratuliert ebenfalls und auch wenn Alkohol eigentlich verbunden ist. Ein kleines, ein ganz, ganz kleines Gläschen Sekt ist, glaube ich, jetzt erlaubt. Ehrenpreise so viel, wie Michael Himschig gar nicht alleine tragen kann, aber ich bin mir sicher, das Ganze wird auch seinen richtigen Weg finden. Für den HVT sich Otto Klaas... Die Quote ist 18, die Plätze zahlen 10, 10 und noch einmal 10, die ist 23, 30. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.